Traurige Gedanken gehen mir durch den Kopf. Traurige Gedanken. Er bekommt zusätzlich noch eine Lungenentzündung. Nur selten kann er das Zimmer verlassen. Wenn ich ihn besuche, gehen wir manchmal spazieren, behutsam nicht weit. Es ist die Zeit neuer politischer Entwicklungen in der Sowjetunion. Wir reden darüber. Er glaubt nicht an wirkliche Veränderungen. Ob er sich denn vorstellen könne, bald zurückzukehren? Darauf gibt er keine Antwort. Als er Öschelbronn verlässt, bekomme ich von ihm diese Zeichnung. Sein Baum der Hoffnung, das Gleichnis aus der letzten Einstellung seines letzten Films, hat Blätter bekommen. Er hat mir sein Grab gezeichnet, mit Vexierbildern, die nur schwer zu deuten sind. Aus der Wurzel des Baums blickt ein Auge. Seine Schwester besitzt ein Kinderfoto, auf dem er klein in den Wurzeln eines großen Baumes sitzt. Rätsel wollte er nie gelöst haben. Er kommt kaum transportfähig noch einmal nach Italien zurück. Ans Meer, zunächst nach Ancedonia, schließlich hierher nach Cala Piccola. Diese Wochen haben viel Unwirkliches. Der Kranke liegt oben im Turmzimmer, will allein sein, lässt gern nur noch seinen Sohn zu sich und einen Maurer, mit dem er Pläne zeichnet und Arbeiten bespricht für ein Haus, das er sich in der Toskana bauen will. Es gibt Streit mit seiner Frau, die nicht wirklich weiß oder die Ahnung darüber auch verdrängt, wie schlecht es ihm geht. Unten im Haus, auf der Sonnenterrasse, herrscht Ferienstimmung. Freunde, Bekannte sind da, genießen das Meer, Kinder spielen. Woanders sammeln Freunde Geld für den Todkranken. Die Realität lässt sich schließlich nicht länger verdrängen. Die Schmerzen werden stärker, er kann sich kaum noch richtig bewegen, er wird wieder nach Paris transportiert. Nein, ich hatte nicht den Eindruck, dass er für lange Zeit wegfährt, so wie es früher gewesen war. Er fuhr eben ins Krankenhaus, um sich dort behandeln zu lassen. Er sagte nichts. Und auch, als ich in der letzten Zeit nach Paris telefonierte und mit ihm sprach, sagte er nichts Besonderes, nur, dass alles wieder gut werden würde. Er wollte leben, zeichnete den Plan des Hauses, das wir bauen wollten, sprach mit uns über die Zukunft, über seine neuen Pläne. Ich hatte den Eindruck, dass er seine Krankheit vergessen wollte. Er selbst sprach nie darüber. 5. Dezember 1986, Paris. Gestern hat man mir eine Chemotherapie gemacht, zum dritten Mal. Ich fühle mich entsetzlich. Vom Bett aufzustehen oder bloß sich in ihm aufzurichten, kann keine Rede sein. Schwarzenberg weiß nicht, was tun, da er nicht weiß, wo diese schrecklichen Schmerzen herkommen. Der Film ist mit Erfolg in England herausgekommen, in Amerika ebenfalls. Mit unglaublich guten Rezensionen. Die Japaner organisieren auch irgendeinen Hilfsfonds. Aber man muss ihnen erklären, warum ein so berühmter Regisseur so arm ist. 15. Dezember 1986. Hamlet. Den ganzen Tag im Bett, ohne mich aufzurichten. Schmerzen im Unterleib, im Rücken. Auch die Nerven. Kann die Beine nicht bewegen. Irgendwann hier knoten. Ich bin sehr schwach. Wird ich sterben? Hamlet? Aber jetzt habe ich überhaupt keine Kraft für nichts. Das ist das Problem. André Tarkowski starb am 29. Dezember 1986 in einem Pariser Hospital. Man begrub ihn auf einem Friedhof für russische Exzellenten in dem Dorf St. Genevieve du Bois in Frankreich. Ich bin sehr schwach. Vielen Dank.